Heute ist hier wieder ein Friseurtermin auf dem Campus. Jurek wieder für eine Spezi. Ja, du fährst hier rein. Ich sammle hier fleißig Schritte, 10.000 Schritte jeden Tag. Heute ist es ein bisschen eng, aber wir packen es. Ab ins Soccerpark und die Botten werden jetzt hier richtig schön und ein Ding nach dem anderen in den Giebel schweißen. Wie kann man so nass geschwitzt sein? Komm, was sagst du zu deinen Plant-Based Nuggets? Die sind richtig scheiße. Wir haben uns heute verkauft. Hast du dir da gut Buden gemacht? Wir haben abgeliefert. Und er wollte nicht mit uns spielen. Kann man so Uni? Was, ich traue mich doch nicht. Natürlich wieder eine halbe Stunde zu spät. An der Stelle, Entschuldigung an Helen. Die arme Frau muss fast jeden Tag auf mich warten. Ich bin stets bemüht. Dann geht's ins Gym. Koba sind Brotersauce! Flanke mit der 99. Vor allem kracht's noch vom Soccerpark gestern. Ja, wir auch. Jo Helen, gibt's eine nice Pizza? Hier gibt's auch noch ein paar Quadratmeter. Jo, endlich wieder Mittwoch. Das heißt, heute ein geiler, langer Unitag. Jetzt gleich erstmal los. Dann geht's schwimmen. Dann beginnt's schon mit Campus Liga Viertelfinale bei uns. Leider ein bisschen weniger Leute. Aber ich hoffe, wir packen das. Eigentlich gehe ich von aus. Wenn nicht, dann schneide ich's nicht rein. Und danach ist direkt Campus Volleyball Liga. Halbfinale plus Finale von unseren Jungs und Mädels. Die werden natürlich tagkräftig unterstützt werden. Das werde ich auch zeigen. Da ist das Trikot. Die Botten werden's machen. Danke Moritz, dass du immer deine Sachen bei mir vergisst. Jo, schlechte Nachrichten. Der Chef hat natürlich wieder seine Mails nicht gecheckt. Schwimmen fällt aus. Sehr angepisst. Dann geht's jetzt schon mal in die Uni. Aber immerhin ist Helen da, um mich zur Uni zu begleiten. Hoi. Juhu. Du hast gesagt, du dreimal drüber. Ja. Das ist ganz schnell. So. Boah, ein guter. Yes. Wuhu. 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 Der war, der war. Warte, ich kann die auch noch mal rüberspielen. Boah, ein guter. Sehr. Oh. Oh. Hahaha. Du machst erstmal eine ganz entspannte Schlange. Knochen. Dann geht's. Einmal mit zwei Fingern von oben und mit zwei von oben. So Niklas, wer hat gestern Trick Mania gewonnen? 47 Punkte? Ich glaube noch 44. Du bist aber zwei oder was? Ja. Es war kein Zufall, meine Freunde. Hahaha. Trick Mania Pro. Ich hab auf 3 vor und drüber geschossen und den Sonntag kassiert. Aber alles fürs Team. Ich hab hier Zeit. Ja, da sind wir. Seid ihr alle heiß, Männer. Da hinten sind unsere Gegner. Für genügend Tank ist gesorgt. Genügend, meine ich natürlich. Let's go. Oh. Oh. Ich hab hier mal neben so'n Klatscher auf den Ruch. Das ist nur laut doch gut hier. Oh. 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 Okay. Oh. mal im Viertelfinale rausfliegen. Da geht's hin. Stopp! Oh, direkt. Jetzt wird der Frust weggesoffen, aber nur leicht. Denkt dran, immer verantwortungsbewusst trinken. Jetzt gibt's Kabinen-Party. Let's go! Ja, rein damit! Wischke durch! Oh, ist das schön! Oh, ist das schön! So was sagt man lange nicht gesehen? So schön! So schön! Finale! Oh! Finale! Oh! Oh! Basti, du geile Schlange! Oh, yeah, baby! Mach ihn! Entzündet den Tor! Jetzt verschießen! Jetzt verschießen! Trink einem Nix! Nicht der Bitte! Schiff einem Nix! Um, 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 um! Tänzere! 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 Und wenn sie heute Abend noch ein Bier hier mitzudenken? Ja! Nein, Alkohol ist nicht gut! Don't drink and drive! Moritz, hast du gestern noch Hering gegessen? Hast du das so ausgezogen? Ja! Let's go, Fin! Ja, das war nicht so 1A, Fin! Ja, aber ich habe gesagt, ich schwinze, das war nicht so vollendlich! Damit werden so die 100 gedrückt! 0,1 Tonnen auf der Bank! Let's go! Hast du, hast du, hast du! Ja, wir wollen, Junge! Ist das Safe auch in dem einen Raster? Da haben wir Stress nicht! Ja, hier ist es drin! Bei dir ist es raus! Bei mir ist es drin! Das stresst mich! Das kann nicht richtig sein, dass sie so doll wackelt! Das kann nicht richtig sein! Tja! Mann, Jurek, Jurek warst da rein! Nein, sie ist drin! Nächster Friseurtermin hier! Diesmal auf dem Sportcampus mit Glühwein in der Hand! Bist du zufrieden mit Jureks Leistung? Immer! Immer! Immer zufrieden! Das sieht man fresh aus! Kops, aber was ist jetzt bei dir alles? Ja, ich glaub schon! Ich glaub, es wird alles! Ne, lass mal zwei aussortieren! Sehr geil! Der wird safe! Okay, und jetzt müssen wir uns zusammen noch auf eins einigen, was wir hiervon nehmen! Also, Geschmack ist ballern die, glaub ich, mies, aber die hatte ich letztens schon an! Da sind die raus! Aber die haben wir jetzt hier auch! Junge, wir haben's! Wir haben's! Jo! Heute ist Freitag! Natürlich schon wieder sehr bewegungsfreudig gewesen! Viertel vor acht! Ich hab vielleicht tausend Schritte! Das heißt, ich werde mit Helen, ich muss jetzt noch ein bisschen was machen! Das heißt, ich hab mich jetzt dazu entschieden, zu dem Geburtstag, zum Königsvater zu laufen! Und danach geht's weiter! Auf dem Geburtstag von Behren und Mattes! Let's go! Sinan! Zehntausend Schritte später! Du warst meine Begleitung! Aua! Jetzt wissen wir! Das war nicht der Erste! Ich war nicht der Erste! Ich war nicht der Erste! Ich war nicht der Erste! Willst du dir helfen? Drei! Zwei! Guck mal, der Paul! Aaaaaaah! So ehrlich? Das ist das... Ich bin keine Kurzelbaum hier! Ich pack's nicht! Ja, Mann, ein... Was? Ich bin richtig aufgeregt! Ja! Ja! Das ist ehrlich! Wir machen doch Bauchen! Ja! Let's go! Let's go, Sinan! Sian, los! Ja! Guter... Guter Beutelbaum! Ja! Stark aus! Gutes Ding! Wieso? Eine arme Birne, Pauli! Das ist wieder nichts! Stark! Sehr, sehr clean! Pass auf Stark, Junge! Hör! 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 Oh, ja! da ist auch direkt das taxi vor der tür wir werden heute noch einen roller gewinnen ich habe gestern mit codes gesammelt wenn man verkatert ist es ist wichtig ein wasserslam zu machen schön mit dem classic damit es schiebt diese hucke waren so fies jetzt gibt es erstmal ihr gewinne muss mir helfen hier hätten wir landen können jones du meinst du gehst jetzt nicht rein oben ja das ist zu warm können wir da jetzt bitte rein du gehst da sonst auch jedes wochenende rein ja aber das ist das hält sich aus danke zange tim packst du es der packt es nicht wieder wach ist wer 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 ob wir die röne abgeräumt wir liebet wissen jetzt geht es noch ein bisschen detox tag schön bisschen tagball gym sauna let's go wer hat Glück wer hat Glück wer hat Glück es sollte so sein let's go let's go 1 Fuß links für die Farben ich klebe oder Fuß doch ich bin doch mal da pienst dieser kein krass 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 Ja, come on, Jens! Hallo, Junge! Ja, du gehst doch los! Ja, Moin! Ja, Jure! Ja, komm! Ja! Viel Glück! Ist das das erste Mal? Gutes Ding! Komm, jetzt bin ich da, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge! Ja, Junge!